Julian Beck Oh, er hat die Lombolatur, nur wenn mich keiner kennt Und ich bin doppelt so alt wie meine Fans Ich hab ihre Nummer seit paar Tagen Doch bisher ist mir nix eingefallen Grenze, Smiley oder Winkelhand Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht Ich check ihre WhatsApp-Stories ab Komm, wann sie heute zuletzt online war Ja, bald schreib ich ihr auf jeden Fall Irgendwann, ja, irgendwann Dabei wollte ich nur schauen Wie sieht ihr Profilbild aus Als es plötzlich passiert ist Denn ihr Lächeln verwirrt mich Oh, shit Nicht wieder dieser WhatsApp-Call, Mann Kam ich etwa an den falschen Knopf dran Ich ruf sie mit nem WhatsApp-Call an Das war aus Versehen, hat sie's gesehen Lächeln auf, bevor ich sie erreicht Doch sie schreibt mir schon ein Fragezeichen Nicht wieder dieser WhatsApp-Call, Mann Die hat gesehen, war aus Versehen Hosentaschen, Anruf erkennst nicht Oder Virus auf dem iPhone X Ein Krampf in der Hand, echt ohne Witz Was sag ich hier, was ist passiert? Ich glaub ich google mal noch ein paar Tipps Sogar WhatsApp-Support weiß dann nichts Ich sag, E.T. hat zuhause vermisst Mir fällt schon noch was Besseres ein Vielleicht verlass ich heut das Land Schreib ein Gedicht neun Seiten lang Oder werd Mensch im Kloster Oder hau gleich auf den Mond an Oh, shit Nicht wieder dieser WhatsApp-Call, Mann Kam ich etwa an den falschen Knopf dran Ich ruf sie mit nem WhatsApp-Call an Das war aus Versehen, hat sie's gesehen Lächeln auf, bevor ich sie erreicht Doch sie schreibt mir schon ein Fragezeichen Nicht wieder dieser WhatsApp-Call, Mann Sie hat's Gesicht, war aus Versehen Langsam regt mich da so den Verstand Der Knopf hat mir den Fegel fast verbrannt Ich werd nie wissen, mag sie Pizza-Rand Lieber süß oder pikant Bei nem Thema Mel es hat und er den Plan Ich glaube, Nico Santos ist der Mann Der Einzige, der mir noch helfen kann An der Empfang, ich ruf mal an Yo, Joe, was geht's? WhatsApp-Call-Fail bei ihr Oh, Mann, Dicker Was soll ich tun? Sag ihr einfach die Wahrheit, Mann Sag ihr, wie's ist, was soll schon passieren? Du hast recht Mach's am besten jetzt oder ich mach's, wirklich Okay, ich mach's Du packst das schon, Mann Wir sehen uns Und dann Hab ich auf den Knopf gedrückt, Mann Der WhatsApp-Call fühlt sich echt verrückt an Jetzt brauch ich nur ein bisschen Glück, dann Chillen wir bald Wieder zusammen Nehm mich auf, bevor ich dich erreiche Gib dir die Antwort auf dein Fragezeichen Ich wurde dein Profil Bitte checken Du bist echt süß Bist einfach mein Typ Ach, scheiße Und? Hat er schon geschrieben? Ne Leider nicht Du bist echt süß Und? Du bist echt süß Du bist echt süß Ich wurde sie